Sch*** Ja, hallo, hier ist der Keller. Ihr sucht ja Leute, die helfen auf dem Epp-Beerenfeld. Ich würde mich gerne bewerben. Ja, von wo sind sie denn? Zurzeit? Entschuldigung, ich... Ich würde gerne... Ah, aber sie klingt nicht ganz so... Die Verkältung oder weisst du das Heuschnupfen? Ah, das ist Heuschnupfen. Grauenhaft. Ja, dann ist das nicht ganz der richtige Ort, denke ich. Wenn ich sie jetzt schon nüssen... Ich habe auch leislig. Ja, es bringt nichts. Also ich bin sehr motiviert. Ja, aber es nützt nichts, wenn sie den ganzen Tag auf dem Wegeljocken und nüssen. Wir müssen die Hygienevorschriften und alles einhalten. Ich infiziere die Hände. Ich kann auch selber mitbringen. Ja, aber sie haben vor dem Gesicht die ganze Kiste mit der Epp-Beeren. Und wenn sie immer drin nüssen, dann kann ich die Kiste nicht verkaufen. Ja, dann waschen ich. Was waschen? Die Epp-Beeren? Ja, die Epp-Beeren. Nein, die werden nicht mehr gewaschen. Das ist aber ein bisschen unhygienisch, wenn sie die nicht waschen. Nein, wir... Sie, das sind... Die haben nachher einen Schaden. Also ich wäre... Ich bin sonst wirklich gesund. Also... Das Einzige, was ich... Ich habe noch Rücken-OP-Kaletscher. Ich sollte einfach nicht zu viel bücken, aber sonst... Ja, dann... Dann ist die Ecke offen. Und jetzt muss ich leider weiter schauen. Dann muss ich da bleiben. Da im Radio. Ja, dann bleiben Sie im Radio. Herzlich willkommen beim Kellerfon. Ja, super, danke. Sie glauben es nicht, aber sonstige Telefon nehmen wir täglich.